Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem Vlog. Bevor ich den Vlog starte, hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr heute Abend um 18 Uhr beim Stream dabei seid. Nun, ihr wisst ja, ich will mir neues Equipment bestellen und genau das ist heute geschehen. Ich habe mir also neues Equipment bestellt und ich verlinke euch nochmal dieses Ankündigungsvideo in der Beschreibung und auch nochmal hier oben in der Karte, dann könnt ihr euch dieses Video noch einmal anschauen. Und ich bin so gespannt darauf, und zwar unheimlich gespannt darauf, wie es sein wird, wie die neuen Sticks sind, wie sich die Fälle anhören und, und, und. Ich kann es kaum erwarten, das Ganze auszuprobieren. So, das Zweite, worüber ich heute sprechen will, ist, dass ich meine erste Rennradtour seit einer ganz, ganz, ganz langen Zeit gemacht habe. Und ich zeige euch nochmal mein Rennrad, denn da ist das gute Stück. Hier haben wir also mein Schauf-Rennrad mit dieser wunderschönen Hebelschaltung. Also es ist wirklich wunderbar und funktioniert wie eine Eins. Und ich fahre mit dem Rad sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also es macht riesen Spaß, mit dem Fahrrad zu fahren. Und es hat heute wieder unheimlich viel Spaß gemacht, mit dem Fahrrad zu fahren. Es war einfach klasse. Und wie wir auch da oben sehen können, das Wetter ist heute auch gut, auch wenn es zwischendurch mal eine Regenschauer gab. Aber, ja, die Tour war schön. Es hat Spaß gemacht. Und es werden weitere Touren folgen, denn die Gangschaltung vom anderen Fahrrad ist heute kaputt gegangen. Da muss ich nochmal nachmachen lassen. Und so lange muss ich halt mit dem Rennrad jetzt fahren. Aber das hat auch einen guten Sinn, denn dann werde ich wieder fit. So, und jetzt, liebe Freunde, lade ich euch ein, um dabei zu sein, wenn ich streame. Und zwar heute Abend um 6 Uhr. Also bitte, 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 bitte seid dabei. Bitte seid heute Abend um 6 Uhr beim Stream dabei. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Spaß beim Quatschen und beim Reden und so weiter und so fort. Und, ja, ich hoffe, wir werden viel Spaß haben heute Abend. Und, ja, bitte lasst euch den Stream nicht entgehen. Also, ja, bis heute Abend dann. Und, ja, wir sehen uns dann heute Abend. Und, wie immer, zum guten Schluss bedanke ich mich fürs Anschauen, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren und so weiter und so fort. Macht es gut. Tschau, tschau, tschau. Ach ja, bevor ich das vergesse, wenn das neue Equipment da ist, dann wird es ausgepackt, dann werden Tests gemacht und, und, und. Also, das volle Programm bekommt ihr zusätzlich dazu auch noch zu sehen. Aber, natürlich erst dann, wenn das neue Equipment da ist. Also, bis heute Abend um 6 Uhr. Tschau, tschau. Und, ja, bis heute Abend um. Bis zum nächsten Mal.